Willkommen zurück zu South Park. Will ich hier noch was machen? Nö. Den Fisch geschlagen. Da sind sie wieder. Die bösen Elfen. Schön, dass ihr hier seid. Dann kriegt er gleich eins auf den. Oh, Rüssel. Einer mehr. Ich treffe immer noch ein. Ich würde gerne zwei. Konter. Ah, sch. Boah, sieben noch. Einer Ernst. Ah, was war das? Alter, wie wir aussehen jetzt mit unserer Runden an. Das ist so herzlich. Ich will meinen alten Typ zurück. Ist er immer noch auf Kondor? Nein! Hier ist es. Wie machen wir das jetzt? So. Okay, ich weiß, wie wir das machen. Boah, ich liebe diese Musik. Und hier müssen noch irgendwo mehr Penner sein. Wo sollen die ganzen Penner? Hey, ich hab dich beschützt. Who? Oh, hey. Ich glaube, ich habe es ein bisschen hart in den Barsport. 25 Freunde. Vorteil. Verflügtbar. Guy. Ähm. Alter, jetzt sind wir ein Mädchen. Haha. Ein Vorteil. Bewirkt mehr Schad bei betäubten Zielen? Deine Angriffe mit Nahkampf anfügen zusätzlichen Schandelsen was für uns. Wir hauen ja meistens mit Nahkampf drauf. Oh. Mal gucken, was wir noch alles haben. Okay. No Cress Pushing. Okay. Alles klar. Was machen wir sonst noch heute? Ich würde sagen... Wir machen bei den Quests weiter, oder? Gib Elgore Bescheid. Alles klar. Wo ist Elgore? Oh, ist immer weit weg. Alter. Wir brauchen Jimmy. Jimmy Pesto. Jimmy, Jimmy Blue. Jimmy Carter. Liegt was. Na toll. Ich habe schon so einen Heiltrank benutzt. Trotzdem aber immer voll. Nein, hier gehen wir noch nicht rein. Das war ein bisschen gruselig hier. Da wollten wir hin. Heißt, hier ist der Nächsten. Danach links. Links, habe ich gesagt. Koffi. Wie komme ich da eigentlich hin? So nicht. So auch nicht. So. 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 Oh Mann, das regt mich auf, dass das nicht klappt. Wie komme ich an dieses Ding? Hallo. 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 Na. Noch Kaffee. Need more Kaffee. Blah. Alter. Er kriegt keinen Kaffee mehr. Noch Kaffee. Need more Kaffee. Er kriegt keinen Kaffee mehr. Für dich ist Kaffee lebenslang vorbei. Kleiner Kaffee-Jungie. Ach, er war es. Alles klar. Bin wir da. Good job, Junior Algorion. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it. These are definitely hot man-bear-pig readings. Come with me. I must put this data in the data man-bear-pig base. Olgurus. Lagerschlüssel. Wo soll die sein? Bitteschön. Wo ist Algorus? Schweinebäuern. Da. Nein. Hey, what's up? Bei deinem Mund. Wenn du nicht mit mir sprichst. Hm. Wahrscheinlich jetzt in dem Self-Storage. Oder in irgendeinem... Jetzt müssen wir wahrscheinlich da rein erst. Er war von Tuch... Wunderschön. Hä? Ist er jetzt da? Nein, noch nicht. Grün heißt gehen, Rot heißt stehen. Ey, der was ist gar nichts, Mann. Mann. Sein Scheiß. Was? Existiert? Ach, jetzt öffnet sich die Tür hier. Dass wir jetzt gleich hier rein können. Ach so. Ich verstehe. Oh. Ich stand entfernt. Müsst ihr uns hier? Wir gehen durch zur Erlgurs Basis. Starte den Defilibrator. Wisst ihr, wie wir da hinkommen? Wir müssen den Gulli-Deckel wiederfinden. Nein, wo war der? So. Ja, wir waren bei dir. Wir gehen auch schon wieder. Ah, war da gerade ein Gesicht? Hä, ich habe gerade hier einen schwarzen Kopf gesehen. Was ist das mit der Musik? Professor Chaos left me here to keep changing the light bulbs until the Earth's energy supply is drained. worm. Was weiß ich hier? Was? Ich wollte da durch den Mann. Hier bin ich mal. Von Auen. Wieso? Und bei Kenia schon wieder ein Quest. Erreiche den idealen Punkt hier und da. Da kann man was kaputt machen. Hallo. Geil! Ein Rapperball. Man working. Komm jetzt da rein. Tschüss. Nein! Hier geht's nicht zur Basis, Mann. Halterkanaldeckel. Die Post ist eigentlich was Neues für uns. Der Mann mag uns nicht. Und alles nur, weil wir einen Hammer haben. Großwilliagd mit Jimbo. Benütze eine Blutorange. Reich einen idealen Punkt. Das wird aber hinter uns angezeigt. Den idealen Punkt. Wir sind hier. Der ideale Punkt ist bei der Links. Am Ende ist es hier oder was? Am Ende ist es hier oder was? Hey, ich bin schon beim Botenhaus. Wir sind jetzt verarschen oder was? Hier. Zwischen dem grünen und dem... Hier. Hier ist aber nichts. Es wird hier angezeigt. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ach! Da haben wir das Ding. Cool. Schlüssel zu Nachrichten. Hm. Redaktion. Hm. Wo ist dieser Punkt, um in den Boden zu gelangen? Hm. Was gibt's bei euch zwei? Das war so unglaublich. Was hast du für mich getan? Sie hat mich ja mal gerettet. Wir haben trotzdem Hobos, Kind. Komm zurück, wir haben unsere kleine Rob. Abend getan. Faules. Da ist wieder eine Kiste. Cool. Da ist auch einer. Hä? Kann ich schon sagen. Kann ich schon sagen. Das haben wir auch. was machen. Wo gehen wir jetzt aber hin? Das ist jetzt die gute Frage. Nein. Können Sie einfach mal Handy zu spielen. Geht's hier hin? Und wie komme ich da hin? Da ist noch so ein Pokémon. Wieso schneit's hier immer? Toll. Abgeschlossen. Wir werden verfolgt. Na, kleines Mädchen. Haben wir jetzt genügend? Die Schule. Na toll. Auch die Schule ist abgeschlossen. Was ist hier los in South Park? Schau ich Park. Schau auf Park. Schau. Also. Pinkeln die ins Wasser. Die muss ich schlagen. Schau. 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 Nein. Alter. Guck auf den Ball. So, wird das gemacht. Guck mal hier. Alter, ich hab verfehlt. Bin ich blöd. Angeführt bei zwei. Alter, das stimmt. Tod. Ach, der nicht. Nein. Wasch, was ich. Da hat er überhaupt keinen Kontern gehabt. Er hatte keinen Kontern eben. Boah, der leckte ihn. Das war sehr nett. Wie oft hat der eigentlich Kontern? Das nervt. Au. Alter, Geschwächter. Wir sind stark. Guck auf den Ball. Ah. Bam. Da mit dir. Der lebt immer noch. Und er kontert wieder. Nein. Nein. Er kontert, oder? Was soll ich tun, Mann? Nein, er kontert wirklich. Och, Mann. Können wir nicht gewinnen. Lass mich jetzt fest. Es ist egal. So. Weg. Das wird so blöd. Das wird dir üblich. Die Saison, dass ich mein Aktion verloren habe jetzt. Es war halt so teuer. Und dann. Irgendwann. Will man auch nicht mehr. Hier kommen wir auch nicht runter. Da kann man einen Stein kaputt machen. Ich bin ganz woanders, als ich dachte, dass ich bin. Achso. Können wir uns ein bisschen stärker machen? Haben wir das? Den haben wir ja, 37 bis 52. Da haben wir schon mal das stärkste. Hm? Bis jetzt waren die Dateile noch nicht so stark, obwohl die stärker sein sollen. Stern. Oh, Stern. Stern. Ehh. Uah. Schleimpolzen. Ja, in dieser Folge noch nicht so viel erreicht, wie ich wollte. Es geht nicht voran, ne? Timi, Timi, Timi. Jetzt eine Flasche Reinigungsalkohol. Aber wir haben ja nicht mal einen Schlüssel da für die Schule. Eine Blutorange. Haben wir eine? Haben wir eine? Haben doch eine bekommen. Eine Blutorange. Ich geh jetzt hier runter und werf einfach mal eine Blutorange. Hm. Eine Blutorange. Wir müssen die ja immer in irgendwelchen Punkten anbringen. Ich sehe keinen. Äh, äh, äh. Ich benutze eine Blutorange, um einen Blutsauger rauszuholen. Irgendwie sieht die Treppe aber ganz anders aus wie unsere, oder? Inventar, Blutor? Muss ja auch hier sein. Bei W wahrscheinlich. Wir haben keine! Wir haben keine. Was? 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 Liebespuppe, wir haben keine Blutorange. Verstehe ich gar nicht, wo die sein können. Weil der hat uns ja alles gegeben. Wie komme ich da oben zu dem Jungen? Hallo, Glanzmädchen. Esther ist deine Freundin. Esther mag uns alles was drin. Wieder ein Programm, oder? Geh doch weg! Vielleicht bin ich im Bogen. Ja, was soll ich denn machen? Ich will dieses Ding. Hat ja super geklappt. So, kann ich ein bisschen rennen? Was ist hier eigentlich drin gewesen? Aufzug. Ich will in den Aufzug. Hier ist nichts. Officer? Have you seen my report any suspicious activity to the police? That's what I do. Ich glaube, wir werden... Da hinten ist ein Junge, habt ihr ihn gesehen? Ich hab ihn gesehen. Hab dich. Weiß. Weiß. Wie hast du mich gefunden? Weil ich... ...nicht blind bin, mein Freund. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Ich will kein Geld ausgeben. In Ruhe. So. Wie kommt ihr mal da hoch? Ich verstehe es nicht, wie der mal da hochkommt. Ich bin ein bisschen nach dir. Ich bin ein정. Wie ist auch die Fläche? Nein. Ich gehe nicht zurück. Hallo? Ja, dann lass uns wenigstens paar Elfen schlagen. Sieht sich ja voll gehofft, aber ich habe dich verschmarrt. Konterhaltung. Gut, wir hätten das vielleicht schon für ihn jetzt eher gebraucht. Bis jetzt finde ich den Bogen besser. Auch wenn er... Er macht wenigstens dreimal Schaden, der andere macht ja nur einmal. Wie ist er denn noch? Okay, er hat es noch. Er hat immer noch die Haltung. Jetzt hat er sie nicht mehr. Wenn wir schon nicht weiterkommen, dann müssen wir wenigstens ein paar Elfen schlagen. Splinterer Fall. Da hinten komme ich bestimmt lang, oder? Oder? Hallo, kleines Mädchen. Hab dich. Millie! Damit ist auch Millie auf uns beiseite. Nein! Nicht in der Foto-Dojo. Ist mal kacke hier. Schneller Laufen. Ist eigentlich der Opa. Hallo. Nein, man weiß es nicht. Das war geil. Boah, wir können ja ins Kino gehen. Das ist jetzt ein bisschen rampeliert. Und jetzt Rob Schneider ist ein Stapler. Ist ja auch ein Ding. Alter. Geh doch mal weg. Das sind noch mehr Sätze zum kaputten Machen. Der Klassik-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Lease von Star Wars The Empire Strikes Battle. Alter, das Foto-Klau. Schade. Shut up, shut the fuck up! Hat der eine Mundschutz. Aber kommen die durch. Das ist noch viel mehr. Wie soll mir denn da durchkommen? Geh doch mal weg! Ey, der ist noch so ein Junge. Vielleicht können wir den als Freund gewinnen. Daniel. Ich hab keinen Film gesehen. Ne, 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 ne. You have to prove immer surely to see this movie. And you can't because you're not a sufficient ass. Hehehe. Warte. Ja, sie ist foiled. Ne, 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 ne. Hallo, da. Wenn du für einen Tweek suchen möchtest, ist er in der dritten Runde. Unattended, unattended. Wie ein pristine Meadow, bekanntlich nur an den wilden Häusern, die da grazen. Würdest du gerne einen Koffi probieren? Nein. Ach, das ist unser Koffi-Tipp. Nein, 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 nein. Ja, gut, in der nächste Folge müssen wir in den Turm. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ich wüsste nicht, wo wir sonst hingehen können. Wir haben noch heißer Kaffee. Durchsuche das Drogenlabor. Das Paket, das du abholen solltest. Hier ist irgendwo das Drogenlabor. Lass uns gleich jetzt mal weitermachen. Untersuchen. Das muss ja hier sein. Cool. Das muss ja hier sein.